Ich weiß nicht, was so es bedeutet, dass ich so traurig bin. Ein Margin aus Autensein, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die schöne jungen Frau sitzen, dort oben wunderbar, ihre goldenen Geschmilde blitzet, sie kennt ihre goldenes Herr. Die Luft ist kühl und es dunkelt. Und hier ist der Rhein, der Gepfel ist bergestgefelt. Es schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die wollen weh schlägen, am Ende schiffen aus kann. Und das hat mit ihren Singen. Die Räulei Gassen